Na gut, Donald und die Wuffi sind ja weg hinter mir. Was war's, oder was? Kommen aus Reckruhen, da müssen sich was krasseres einfallen lassen. Aber die Grafik sieht schön aus, hier ist nix am Flackern oder so, das mag ich. Sonst flackert das ja bei schlechter Grafik, aber hier ist alles schön, Texturen sind hier sehr schön. Na klar, weil die mit Disney zusammenarbeiten, ne. Bestimmt, dass man das mit dem normalen Controller spielen, ne, aber da stand doch Move-Controller komisch, da kann ich nix drücken, ne. Wo da meine Hände sind, da muss ich ja bestimmt irgendwas drücken können. Ich kann bestimmt hier immer so nach rechts und nach links so fliegen, wette ich. Aber ich hab grad meinen Controller nicht, bestimmt mit dem normalen Controller, ne. Wo sind wir denn jetzt hier angelangt? Ah, hier! Ich kann das wirklich hier bedienen, aber... so... ich bin hier so ein Final Fantasy-Mann. So... ich bin hier so ein Final Fantasy-Mann. Aber wie weit wird ein Raph uns nehmen? Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Wenn wir müssen, dann müssen wir uns was anderes nehmen. Also, ich glaube, du kommst zu einer anderen Welt. Voll krass sieht das aber aus, die Grafik. Sieht schon in Optik aus. Hm. Well, I... I haven't really thought about it. It's just... I've always wondered, why we're here, on this island. Ich hab' sich schon immer hier wundert, warum wir hier auf dieser Insel sind. Und... suppose, there are other worlds. Then ours is just a little piece of something much greater. Guck, unsere Welt ist nur ein kleines Stück, wenn... wenn es da draußen auch was anderes gibt. we could have just as easily ended up somewhere else, right? I don't know. Yeah. That's right. Exactly. Yes. That's why we need to go out there and find out. Just sitting here won't change a thing. Yes. It's the same old stuff. So let's go. Let's go. You can think me a lot lately, haven't you? Sieht voll krass aus, ey. Richtig, als ob ich in so einem Anime bin. In 3D so. Voll optik, wie die aussieht. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Thanks. You're welcome. Uhh... You're welcome. Das Mickey Mouse im Wasser. Wow. Wir ziehen uns das hier so rein. Oh, das sieht wirklich krass aus. Das Goofy und Donald. Das ist so Kino für die, ne? Guck, wir gucken. Ich guck das ja mit denen hier. Boah, naja, da bin ich. Also das bin ich ja hier, diese Figur gerade. Guck mal ihn an, was es da draußen gibt in der Welt. Wow. Boah, jetzt geht es hier unten weiter. Cool, dass die auch so runtergucken, weil das ja jetzt unten ist. Wow. Wow. Das ist krass, ne, dass man so denkt, dass man wirklich da so ist. Gerade so wirklich, als ob ich hier so eine Lightshow angucke. Wow. Das gibt es ja an Disney, diese Lichtshows. Das wird dann so mit Lasern so gemacht, dass man das so sieht. Im Himmel einfach so. Voll Optik. Das ist krass. Ruxi grinst auch dabei, während sie das guckt. Boah, die Kämpfe gegen Nostradamus. Alter, jetzt kommen ja noch die Sterne vom Himmel. Ne, wenn du hier drinnen willst, dann sieht das krass aus. Ja, für den Zuschauer ist das natürlich so krass. Aber für mich sieht das überecht aus hier mit den Nordlichtern unter mir und alles. Da, guck mal, was ist denn hier, oder? Die Sterne. Wow. Waaaaaaah! Waaaaaaah! Das war ich ja Disney-like! Waaah! Aha! Boah, ich fliege. Oder was? Twilight Town. Ah, hier sind meine Hände. Guck mal, voll ungenau ist das hier. Bei Rec Room wäre das voll genau. Ey, du hast dein Eis gegen mein Eis gemacht. Frisch. Nicht so schön. Meine Hand hier so am rumglitschen. Hey, da sitzt ja noch jemand neben mir. Hey. Hey. Gib mir dein Eis. Das haben wir richtig schlecht gemacht hier mit dem Tracking mit den Händen. Bei Rec Room ist es richtig genau. Das Sun ist beautiful. Ja, wenn alles nur so für immer bleiben könnte. What if... What if... We all just took off. What? If we ran... I bet we could always be together. Wir könnten immer zusammen sein, wenn wir abhauen. We have no place to run. We have no place to run. Um irgendwo hin zu rennen. Yeah. I guess you're right. What's important isn't that we hang out with each other every day. As long as we keep each other in our thoughts, we'll never be apart, right? We've got it memorized, Axel. Good. I'll have these moments memorized for a long time. Forever. Forever. Me too. Forever. Ist das schlecht mit dem Eis. Aber sonst sieht das richtig cool aus. Also sonst sieht das sehr geil aus. Da habe ich noch nichts besseres in Anime-Form gesehen. Das ist das jetzt das Beste, was ich so von Anime-Style gesehen habe. Das sieht richtig Anime-mäßig aus. So sehen die in echt aus. So krass. Das sind so dann die Abenteuer, die man da erlebt in dem Spiel, was man sich dann kaufen kann. Das stimmt, ne? Aber das... Ach so. Jetzt habe ich keine Hände mehr. Oh, jetzt sitze ich aber auch so. So. Meine Hände sind aber nicht mehr da. Ja, kann sein, dass das Tracking jetzt deswegen nicht so gut war. Ach dann, meine Hände. Die hängen hier an der Seite. Hm. Boah, das mit dem Hand-Tracking geht hier wohl nicht so toll. Aber sonst ist das wundervoll, wie das aussieht. Krass, die essen auch echt ihr Eis. Die hat schon fast ihr Eis aufgegessen. Und der auch. Mein Eis, das ist noch unangebissen, siehst du? Man sieht, dass ich davon noch gar nichts gegessen habe. Ich muss da bestimmt so mal reinbeißen, aber ich glaube, der nicht so gut. Ich will einfach kein Eis. Das ist so total traurig irgendwie, diese Atmosphäre mit denen. Na, hier, was dann noch alles passiert. Und die wollen ja so gerne hier weg, weil die gefangen sind. Ja, ist schön gemacht, das muss man schon sagen. Dann haben sie grafisch toll gemacht. Aber hier mit Tracking, das haben sie nicht so toll gemacht. Das ist ein Fail. Da hätten sie auch die Hände weglassen können, wenn das nicht klappt. Das ist voll krass, was man hier so einzelne Scherben so verfolgen kann. Da ist es schon krass. Boom. Dann fallen die Scherben auf der Butter. Dann habe ich alles durchgemacht. Ah ne, das kann man noch alles machen. Krass. Dann muss ich sagen, ach ja, guck ich mir das nächste Mal an. Dann mache ich erstmal wieder Reck-Roman. Aber da habe ich jetzt mal reingeguckt in dieses Spiel. Wie heißt denn das eigentlich? Weiß es gar nicht. Disney. Disney. Disney VR. So, dann schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. ? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020